Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Wir dürfen euch noch mal zu einer Sonderfolge von Fallout 76 begrüßen. Ja und wir werden jetzt zu dem Standort Lucky Hole, Bergwerk Lucky Hole gehen und der liebe Wanderer wird da ein bisschen Kupfer und eventuell Kristall sammeln. Blei und Kristall sammeln, Entschuldigung. Und wir müssen da jede Ecke nachgucken. Ähm, ich war einmal drin. Wir haben ein bisschen was vor uns, aber das ist alles zu schaffen. Kein Problem. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ich gehe in den Schleichmodus und dann werde ich vorspringen, weil der liebe Wanderer weiß noch nicht wo es ist. Der kann dann gleich mal auf dem Map gucken wo es ist. Der wird glaube ich ein bisschen überrascht sein, eventuell vielleicht. Ja, sag mal an, wo das etwa ist. Das ist in der Nähe von Ford Define. Auch da in der Ecke. Ach nee. Okay, dann behalte ich die mal. Warte mal. Finde ich die? Nee. Ist egal. Du hast es ja gleich entdeckt, dann findest du es auch wieder. K. Max. Übertragung. Ist auch neu. Kenn ich auch noch nicht. Das sagt mir jetzt auch nichts. Nee, das scheint wirklich noch nicht zu haben. So, kann es kommen. Ja, okay. Gut, dann folge ich dir. Ach so, falsch. Falsch. Wir müssen einfach nur so gehen. Ja. So, das ist alles so weit in Ordnung. Das ist Inventar. Status. Müsste dann ja auf meiner Karte gleich zu sehen sein. Jol. Bleib mal hier. Noch nicht so weit vorlaufen. Ich muss gerade noch eben meine... Wollen wir doch ein Zelt aufstellen hier? Ja, kannst du eins aufstellen. Wollen wir körper? Warte, aber ich... Moment, lieber das... Nee, Quatsch. Nein, auch nicht. Sag mal, bin ich jetzt bedeppert, dass wir noch drehen? Oh, ich stehe auf. Mach hier nicht den Max. Bin ich wieder im falschen Modus. Oh, ich hasse diesen Modus. Das ist nicht mein Modus, Leute. So, dann haue ich mir noch eine Crenberry-Soße rein. Und dann kommt da wieder nicht raus. So, jetzt müsste ich die Maus drehen. Ah, jetzt hier. So, dann haben wir hier noch ein Zelt stehen in der Nähe. Oh, warte mal, hier piept es. Das ist wahrscheinlich... Oh, ich hatte mal... Ah, nee, das ist der... Ich dachte, das wäre der legendäre... Oh, den habe ich vor gestern oder heute Morgen sogar. Den habe ich drei oder vier Mal gestern gelegt. Echt? So oft? Ja. Oh, Wahnsinn. Ich hatte den einmal... Ich war ganz überrascht, was das ist. Liebe Leute, wir reden über den legendären Grubenhauer, drei Sterne legendären Grubenhauer-Händler oder beziehungsweise Sammler. Ja, ich hatte einen, zwei Sterne, aber das macht nicht... Ich habe den gestern zweimal in drei Sterne gehabt und einmal in einen Stern. Ui, das ist cool. Warte mal, wo ist das jetzt auf der Karte? Ich muss mal... Nee, den hatte ich tatsächlich noch nicht. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Also, für die Leute, die es interessiert, das ist genau hier an der Stelle zwischen Einschienenbahnaufzug und Ford Defines. Und weiter unten ist noch der Big Band Tunnel Ost. Im Gebäude ist dann dieses Bergwerk Lucky Hole. So, hier draußen scheinen im Moment keine Gegner zu sein. Hier ist unser Hirte. Dort, ich verweist, links. So. Können wir mal sammeln. So. Das ist jetzt ein Packbind. Kann ich schaun. Oh, Zugarbeit ist auch nicht schlecht. So. Nee, da war ich tatsächlich noch nicht drin. So. Baggerrüstung hast du an. Ja. Bist soweit, ne? Dann können wir mal rein gehen. Ja, ran losgehen. Oh, und toll. Bergwerk Lucky Hole. Du musst wirklich in jede Ecke gucken. Ja? Ja. Wir machen erst hier ein paar Gegner platt. Oh, bist du da hingekommen? Oh, bist du da hingekommen? Oh, die Tür ist zu. Hier durch. Durch das. Genau. Hier ist jetzt noch nicht so viel. Ich gucke nur mal eben, ob hier irgendwas Interessantes ist. Ja, ich sammle alles, was ich kann. Ich kann nicht in die Lage stellen. Oh, das fand ich nur eine Kakerlauke. Oh, da ist so eine Kakerlauer oder was ist hier in der Tür? Ach, die ist von außen zugekettet. Oben können wir auch eben gucken, bevor wir in die Tiefe gehen. Ja. Hier sind ein paar Töpfe, was zum Verkaufen. Gasmaske. Ich habe Power Rüstung, aber man braucht keine Gasmaske, deswegen. Aber man sollte in einem Bergwerk eine dabei haben. So. Okay. Kann losgehen. Ja, wir gehen einfach mal hier gerade runter. Ach, nein, auch. Ich werde, das Einzige, was ich aufmachen werde, ist wahrscheinlich die roten Kisten, die Sprengstoffkisten, weil ich immer nur dieses verfluchte Rezept für die Plasma Granaten, äh, für die, ich glaube, Plasma Granaten-Suche. Ah, hast du noch nicht gefunden? Ne, das ist ja so selten. Ups. Guck, wie gesagt, links und rechts, guckt in jede Ecke, ne? Ja. Das sind das Bleiablagerungen, so wie man sie manchmal zu dritt findet, oder? Ja, genau. Okay, dann muss ich überall genau schauen. Wir müssen nur dran denken, hier sind auch Gegner drin, aber ich mache das Licht trotzdem an. Die Gegner sind eigentlich zu schaffen. Ja, ich denke, äh, ich hoffe, es sehe ich schon an. Ich nehme alles mit, was in die Läufe fest ist. Du, was ist hier? Da ist weiter noch nichts. Ne, hier ist nichts. Ja, wir gehen mal den längeren Weg. Wir wollen ja alles looten. Ja. Warte mal, ich schau hier nochmal hinter. Ja. So, da kommen wieder die ersten Gegner. Das ist nochmal der Gewerft von Money ist doch. Hier ist das erste Blei, kannst du hier in diese Ecke gucken. Achte mal drauf, ob du wirklich vier oder sowas, Chris. Warte mal, eins. Ja, vier Stück. Genau, vier Stück. Hier ist nochmal. Wieder vier. Mal, äh, ein, zwei, drei. Ich habe nur zwei Stellen. Ja, hier, äh, ne, ich meine immer vier aus einer Knolle. Ja, da habe ich bekommen. So, hier ist, äh, dann macht die Baggarrüstung tatsächlich mehr. Also, hier ist das nächste. In dieser Nische. Hast du sonst nur drei gekriegt? Du kriegst ja normalerweise nur zwei, glaube ich. Und mit der Baggarrüstung, Chris, halt vier. Ach so, das ist doch cool. Da war aber nur ein Punkt jetzt. Ja, ja, ein Punkt, aber mit vier Stück halt. Ja, ja. Ach, guck, ich kann auch noch abbauen. Ja, ist doch gut, dann noch mit. Dann ziehe ich die Baggarrüstung, glaube ich, doch mal eben an. Ja. Es scheint so zu sein. Oder hast du den nur vergessen? Hier, guck dir den nochmal an, hier in der Ecke. Warte. Hast du den nur vergessen? Oder, äh, äh? Ne, ich sehe hier keinen mehr. Gut, dann kann ich das auch nehmen. Dann ziehe ich mir die Baggarrüstung. Nein, 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 du müsstest eigentlich, genau, das stimmt überhaupt, du müsstest eigentlich im Team auch noch aufnehmen können, extra. Das ist ja kein Problem, ich habe das Baggerteil ja dabei. Oh, erledigt, hier mal durch. Ähm. Tierrestren. Ja, so eine Baggarrüstung hat schon seinen Sinn. Ja, wie gesagt, ist halt sehr beliebt, die Baggarrüstung, weil sie halt, ähm, die kalibrierten Beine einmal 100 tragen kann, 100 Pfund. Naja, aber wo es halt, die kalibrierten Beine haben. Und durch den, äh, durch den Bonus nochmal 100 Pfund, also mit der Baggarrüstung trägt man praktisch 200 Pfund mehr. Ja, aber auch doch. Ich mach hier mal die Kiste auf. Jetzt gucken, was drin ist. Äh, abgebrochen. Ja, jetzt. So, dann müssen wir wirklich in jede Ecke gucken, ne, dass wir möglichst eine gute Ausbeute haben. Ja. So, auf. Fittergranaten, Fitschgranaten, Fitschgranaten, Fitschgranaten kann man, Fitschgranaten kann man hier über uns nicht verkauft worden. Es gibt hier übrigens auch noch, äh, zur Information Holo-Bänder. Ah, hier ist ja auch wieder was, Bleiader, wo ich bin. Ich komme dann sofort zu dir, warte. Ja, hier ist noch eine zweite. Guck mal, ob ich da eine dritte war. Weil früher waren das immer drei, aber das scheinen sich geändert zu haben. In der Außenwelt. Ja. Ach so, das kann sein, ja. Hier sind auf jeden Fall zwei hier hinten. Hier, wo ich stehe. Hier an der Wand war noch eine. Ah, hier oben ist noch eine. Genau, dann hast du ja recht mit der dritten. Ja. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es immer drei waren. So, die Kiste habe ich aufgemacht. So, was ist hier? Ist hier noch was? Ne, hier scheint es zu sein. Okay. Äh, bald schräge, schräge. Oh, hier ist ein Zettel. Moment, da gucke ich mal. Seine Geburt. Das guckt, er war der erste, der erstgeborene ist, weil das blutige Tränen friert von seinen Zweigen gehabt und so schlechte er sie mit allen Gläubigen. Naja, okay. Der Mottenmann. Also, wenn man natürlich, dann, da kann man auch hier zu zweit rangehen. Äh, äh. Ja, warte mal. Wenn jeder was kriegt. Ja, sieht so aus, ne? Ich meine, dass es das früher zumindest so war. Ja, ist ja so. Wir kriegen ja beide was. Ja. Da war er geflüstert eben. Ja, habe ich schon erledigt, dass er geflüstert, er flüstert nicht mehr. Geflüstert nicht mehr? Ja, liebe Kinder, wer jetzt hier zuguckt, äh, der kommt dann später wieder. Der schläft nur. Ach ja, sonst hätte er wohl nicht sein Blut. Der Waldgartenmisschleben gab ihm seine Kraft. Er ist das Blut, gab seinem Leben ein Sinn. Er brachte uns zusammen und er lehrte uns, nach seinem Vorbild zu teilen. Zu teilen? Oh, Motto ist doch ein Kapitel 7. Das nehme ich aber nur mit Leuten. Ja, das musste. Ja, jetzt könnten wir hier durch die Tür gehen, aber wir haben hier auch noch einen Gang. Also, lass uns lieber die Gänge gehen. Wir wollen ja Blei haben. Ja, genau. Wer hat da geschießt, geschießen? Äh, zur linken Seite. Da aber hinter der Tür, gewissermaßen. Oh, abrechnen. Kannst nicht mehr rechnen. Ohne Kopf kann man schlecht rechnen. Kann ich jetzt endlich hier das Blei looten. Gut. Loote mal. Hier ist das Blei. Oh Gott, ich muss den nochmal da hinterher schießen. Ja, ich sehe das natürlich nicht ohne Scheißpflicht. Nimm mir das Blei weg. Hinter mir irgendwo. So, einmal Blei, beziehungsweise viermal Blei, und einmal. Hier ist noch Blei. Hier, hier zwischen den Dingern. Ich komme sofort. Jo, einen zweiten habe ich. Da genau zwischen den Dingen in der Ecke. Hab's. So. Gucken, ob hier noch ein weiteres ist. Aber so kann ich nichts erkennen. Nee. Also, es scheint nur zu zweit zu sein in dieser Ecke hier. Ja. Okay. Ach, das soll ein Eimer. Ich komme auch mitnehmen da. Ups, den müssen wir looten. Hier ist Blei. Ja. Wo ich stehe, ein bisschen unkümmerlich. Hier vor mir ist Blei. Hier. Ja. Hier oben einmal. Und hier ist einmal Blei. Der hat eine Maschinenpistole. Einmal hier und einmal hier ist Blei. Moment. Da. Sehr schön. Und einmal hier. Irgendwas hatte ich da gehört. Achso, das sind die Arme. Wo siehst du das? Wo du siehst? Hier vorne, hier hinter, wo der Zettel ist. Hier ist noch ein Zettel. Und da ist auch das Blei. Ich lese mal nicht vor, oder? Ach, ich habe keine Lust zu nehmen. Und das Blei muss ich auch noch haben. Irgendwie wollen wir Blei. Gut, naja. Du musst das nur erst einmal sehen. Ah, hier ist das. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt hier runtergehen. Und wo kommen wir da hin? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Dann kommen wir da wieder raus. Wir können ja mal runtergehen. Lass uns mal runtergehen. Hier ist es mal umgenäht. Also, wir haben keine Angst. Wir gehen nur deswegen so langsam, damit wir auch jede Stelle hier looten können. Kristall nehme ich auch mit. Genau, weil wir suchen nämlich Blei, Leute. Blei. Weil da mussten wir nämlich Munition draus machen. Nur die ersten Gegner sind wieder vor uns. Ja. Oh, warte. Hier ist schon Blei, Knolle. Ach, bleib doch ruhig. Lass den in Ruhe da. Wo hast du das hier im Moment? Endepause. Ich kann nicht sehen, weil das Licht noch. Oh, Mensch. Einmal auf die Tonnen. Ach, scheiße. Ich wollte. Und weiter in die. Lass deine Waffe da stecken. Nicht gut genug. Ich lebe mal. Ja, dann war ich gerade nach. Jetzt ist es aber nicht mehr. So, ihr müsst ja extra wegen diesen Jogis wieder zurückgehen, weil wir jetzt wieder nicht wissen, hier sind wir hergekommen. Warte mal, hier glaube ich, gucke mal, hier sind wir nicht hier lang. Warte, ich muss mal eben gucken. Hier ist Blei auf jeden Fall. Das nehmen wir jetzt erstmal weg. Nee, wir sind hier durch das Wasser marschiert hier vorne. Ja, ich gehe noch mal kurz hier zurück. In diesem Gang. Ja, weil hier war nämlich auch Blei. Komm mal in meinen Gang. Wir kommen gleich zurück. Wir gucken gleich nochmal sowieso nochmal in jede Ecke. Ja, okay. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rein. Weil dieser Blei, dieser Gang ist nämlich voll Blei hier. Oh, dann komme ich zu dir. Oh, wo bist du denn? Warte mal, wo bist du denn? Oh, der ist ja voll. Hier vorne ist ja auch ein Blei. So. Äh, so. Da vorne habe ich auch schon Blei gesehen. Ja, wir gehen gleich weiter. Ich will mal eben, dass die das hier entsperren. Ja, mach mal bitte. Musst du eine Nummer haben, ne? Ja, habe ich 238, 238, 963, 963, 963. Oh, hier ist noch einer. Wir gehen nochmal überall rum gleich. Weil wir wissen sowieso nicht, ob wir jede Ecke richtig finden. Ja. Was war da? Ist schon tot. Ups. Da ist nichts drin. So, mal eben gucken, ob wir noch immer. Ah, hier oben ist noch Blei. Gut. Das habe ich gesucht. Hier ist Blei auf jeden Fall. Äh. Ich sehe aber sonst nichts weiter. Ich halte nur die eine Stelle. Oder warte mal, hier unten. Hier unten, wo du draufstehst. Da ist auch noch Blei. Da war das Kristall. Ah, da kann ich nicht schauen. Weiß ich nicht, was ist das Zentral? Kristall war das. Ah ja, okay. Gut, Kristall können wir ja auch ab und zu brauchen. Okay. Ich habe drauf gestanden, ne? Ich sehe es jetzt gerade. Ja, du hattest... Hier, 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 guckst du hier. Alles klar. Kann man, kann man weggehen. Alles klar. Ja, ich glaube, dann habe ich es schon. Und hier an den Wänden ist auch was. Ich muss nur mal gucken, dass ich das Licht mal wieder ausmahle. Man sieht das gar nicht ohne Licht. Aber zwei Lampen machen das doch sehr hell. Ja, wir gucken in Ruhe. Wir gehen auch gleich wieder zurück. Ja, das war auch. Da war nämlich der Weiß. Hier ist es. Da, wo ich vorgucke. Ja. So, wieder Kristall. Ich meine, das sehen wir natürlich auch. Hier in der Ecke. Hier noch was. Ne, hier ist nichts mehr. Warte mal, ich gucke noch mal kurz hier. Wo bist du jetzt? Hier, wo ich hinleuchte. In der Ecke. Oh, warte mal. Hier oben ist, wo ich jetzt bin, ist noch was. Kristall. Ja, sag ich ja. War das die? Okay. Da, da ist nichts. Sollen wir den Tag noch ein bisschen Munition und eine groben Lampe. Hier oben ist oft mal nichts. Ah, nö. So. Okay. Okay. naja jetzt kommen wir an der tür die heute hätte aufmachen können aber die machen wir jetzt auf und dann geben wir da hinten den weg den wir gerade gegangen wenn ich erst diesen gang noch mal zurückgehen in der hoffnung dass du noch etwas übersehen hat wir haben noch gleich wir haben mit sicherheit im gang noch bleibt ist noch kein stück noch mal wieder spielt keine rolle wo wir lang gehen wir können ja lang gehen jetzt ja dann gucken wir dann noch mal weil man es war hier aber vor dieser tür haben wir vorhin schon gestanden da hätten wir da auch noch mal umgehen können aber ist egal ja okay hier muss irgendwo gleich ja das problem ist das blei leuchtet ihr die kindung also wirklich genau wie wir leuchten hier musste er wo gleich noch was kommen ja ich habe hier ziemlich viel weg genommen hier ist sowas kristall ist das normal da direkt ja ich glaube das habe ich okay dann kannst du es wegnehmen habe ich schon war hier war noch irgendwo das war denn hier waren wir da oben da oben waren wir noch nicht nein können wir mal gucken kommen wir erst mal wieder runter dass wir hier unten nochmal durchsuchen da oben ist glaube ich auch nicht viel hier ist eine stelle gleich hier ist noch mal klein und hier ist gleich das zweite daneben etwas tiefer ich glaube das habe ich vielleicht habe ich noch nicht ja wir können gleich da oben gucken mal gucken was sie unten noch ist ob das eine sackgasse ist oder hier quatscht da noch jemand kann ich hier durch hinter der wand wahrscheinlich ja da ist eine lücke aber da kommt man nicht durch doch warte mal hier kommt man aber auch nicht durch und dann geht das nur mit power rüstung nicht da komme ich später hin okay gut ich gucke hier noch mal eben ob hier noch was ist mit gleich jetzt ist das da ist nichts ja ich glaube hier haben wir dann alles wir gehen jetzt die treppe hoch ja und warte mal hier sind kotisten klingen ich werde die mal mitnehmen alle beide so kiste ist auf ich habe sie auf gebrochen ja hier ist ein holoband und hier ist noch ein zettel habe ich gerade gesehen ja und hier sind lucky holt schlüssel sei gesegnet o hohe priesterin des waldes denn durch dich haben wir seine stimme vernommen durch dich haben wir seine kraft empfangen schlüssel ja hier und ja holoband und schlüssel den schlüssel lucky holt schlüssel na das ist doch cool so ok ich glaube hier ist nichts mehr wenn es die ecke hier hinten haben wir glaube schon gemacht na ich meine ja oder nee nee die haben wir nicht gemacht weil ich habe hier dieses material stahl dass ich nicht liegen da ist es ist so schnell nachgesporen das kann natürlich auch sein ja doch hier müssen wir schon gewesen waren hier den tote ok man gehen wir zurück und gehen in die die gehen die treppe rauf ja 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 ok hier war man schon genau gut dass sie ein bisschen länger liegen bleiben ja ja da habe ich das wohl übersehen eben hier in der ecke was war mit diesem gang da sind wir ja reingegangen das war der lange gang wo so viel war ach so ok du bist hochgegangen ne ich bin die treppe hoch weil wir können ja noch mal umgehen einmal vielleicht sonst ja nach oder was ich weiß ja nicht wie lange ist nach wir gucken wir haben schon ganz gut siehst du das ist ja schon die tür zum vorgestanden haben aber wir können ja noch mal gehen nicht dafür noch einen gang übersehen haben wo sind wir denn gekommen von da wir sind von da hinten gekommen ja gucken noch mal nach ob wir irgendeine ecke übersehen haben ja da müssen wir noch da wo die frau eben noch gesprochen ja da müssen wir gucken wo die ecke war ob wir die finden hier runter da hinten ist nichts mehr da geht nirgends mehr durch hier in der ecke hier wo ich bin so eine stelle hier da die ab weiß nicht die hast du wahrscheinlich und hier oben auch noch da oben die habe ich nicht richtig genau gut dass man noch mal hier ist theoretisch wäre hier wahrscheinlich auch noch ein aber es kann sein dass ich die schon habe na ich hatte nur die eine nicht doch hier ist noch ein kleider nach so genau ja guck dann haben wir das ja so von da sind wir gekommen dann geht jetzt hier weiter hier war glaube ich eine sackgasse aber wir können ja noch mal gucken die kiste ist leer nachgespawnt ist hier noch nicht da müssen wir nur noch die stelle finden wo die frau dann noch gesprochen hat genau hier ist nochmal so ein schlapperhaufen von dir eine gute markierung wissen wir dass wir da waren ich markiere das gebiet immer mit schlapperhaufen das macht die plasmaguer für die zerlegte leute so hier ist noch mal diese eine tür die ich vorhin aufmachen wollte hier waren wir aber schon aber wir können hier noch mal umgehen da suchen wir noch mal die stelle mit der frau ja wie kommen wir dahin das war ja wir konnten ja durch die wand durch entweder ist ein sound bug oder wir müssen die richtige stelle finden ne sound bug glaube ich eigentlich nicht ne da war war irgendwie noch eine höhle hinter weil in vlacht 76 gibt es keine bugs nein nein immer nur krefer die müssen wir dann erschließen oh hier ist der blei cool hier da die unten ne hatte ich alles klar wo bist du denn jetzt weiter in die geradeaus gegangen so jetzt gucken wir noch mal an der stelle wo die frau gesprochen hat genau ich glaube das war vielleicht spricht auch nur noch ihr geist tja oder 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 warte mal das war glaube ich in dem anderen bereich ne ne hier hinter ist eine blaue tonne ein gerät irgendein gerät und da müssen wir irgendwie guckst du mal hier ich gucke und hier kann man auch reingucken hier hat ein flammenwerfer die sieht mich hat mich auch gesehen aber warum kommen wir nicht durch ja die stelle suchen lass uns mal hier oben gucken da ist die decke dann lass uns mal hier umgehen vielleicht haben wir in diesem gang was übersehen ja ich habe eine stelle gefunden hier ist eine pleite hier bei mir ist auch blei hatte ich komme mal zu dir hier waren wir nämlich noch nicht wir müssen hier noch durchs wasser waren wir da noch nicht nein oben in der ecke ist blei ne oben ja und und hier hinten da ist eine der bänkel du musst direkt an die gegenüberliegende wand von hier aus da ist eine bank und hinter der bank etwas höher mal gucken das siehst vielleicht ich kann sein da kann sein dass ich schon habe ok warte ich komme noch mal kurz ich habe das jetzt nämlich nicht gefunden was du mir gezeigt hast hier war das irgendwo ich werde ich haben werde ich haben ne hier ist es hier wäre es meine ich also hinter einer der beiden ne habe ich nicht alles klar ok also gucken wir jetzt sagst du mir die andere stelle nochmal eben hier oben äh hier oben irgendwo hier rein hier rein guck guck ja ja und dann hier oben da oben muss irgendwo blei sein da habe ich auf jeden fall was weg genommen hier ist was aber da war und hier oh ja den habe ich da nicht genau so und das ist nämlich die stelle wo wir noch durch müssen durchs wasser hier ja ok ok da ist blei hier wo ich stehe hier hat ne wand mach du erstmal hab ich den habe ich auch mal schauen oder da ist keiner das weiß ich jetzt noch so jetzt muss es hier irgendwie weiter gehen ach hier unten ist ja einer blei hier ist ja ein blei hier noch da das sieht man aber auch so der macht nicht schlecht ja aber was genau hingucken das ist schon schwierig zu sehen tja hier ist es auch nicht mit der blauen stelle wir müssen ja aber wie kommen wir da noch hin hier sind wir gewesen genau und hier sind wir reingekommen oder nicht müssen wir noch mal gucken ob irgendwo noch ein abzeug ist eben nicht gesehen haben ja 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 das ist meine sache weil die hatte nämlich einen äh einen Flammenwerfer die olle die scheint level 75 bei mir aha hier unten hier oben ist da nur einer da ist einer in der ecke gut wo ich muss dringend unterbrechen lass uns kurz schluss machen gut dann warten wir hier kurz ihr lieben es geht gleich weiter wir sagen einmal schüss macht gut haben wir spaß mit einem was sie tut wollen wir in die gute zu da wollen wir gucken ob wir diese eine zu schnell dann mit dem flammenwerfer noch finden wir sagen einmal tschüss macht gut hat spaß mit allem was ihr tut und denkt an däumchen abo glöckchen liebe nette kommentare bis später ciao tschüss